so, merk dir den Namen gut, dann können wir wichtig werden so, ich hab keine Ahnung wie lange die Folge ist ich auch nicht ich hab mich auf die Uhr geguckt ich auch nicht wir spielen einfach mal weiter mach mal noch eins ja, mach mal das mal dieses hier, das sieht schön aus mit den kleinen Häusern das ist Hillwell Hillwell Aaaaaaah hat mir einen kaputt? nein, überhaupt nicht, das ist ein Inchworms die gehen ja auch nach ach, das sind die das sind die warte mal, gab's dann mal in irgendeinem Land, wo man dann ganz viele zusammensagen konnte oder sind sie explodiert? ja, da kommen wir noch ne, sie sind nicht explodiert sie haben sich... zu? einen Fuß aber wie kann, aber darüber kommen wir jetzt noch das ist doch bestimmt eine Scheiße, oder nicht? ne, ne, ne so oh, was ist das? ich könnte jetzt ein Wort sagen aber ich glaube, ich lasse es dir ich beginne jetzt einfach mit Quoten Punkt, Punkt, Punkt dann wissen die, die es wollen schon das macht man wieder das macht man wieder once a slim say says there's a cure to help to swim and treat his leg it's hidden in the miragia okay thank you, your highness and that's because you're high ja, gut die hat jetzt bloß gesagt, dass halt da irgendwas ist mit dem wir schwimmen können mhm, aber nicht was die halt vielleicht eine Pardehose eine Pardehose eine Pardehose eine Pardehose, ja eine Pardehose eine Pardehose eine Pardehose so, ich weiß aber, dass hier noch irgendwo ein Secret ist und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt finden guck mal diese Raupeln die Stahl nein ich nicht ich bringt ja nichts ja, die muss ja nur immer laufen ne, ich möchte eigentlich was anderes ein Sigurd ja siehst du die irgendwo? ne, aber irgendwas glänzen ja ne 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 ja wurscht also hier irgendwo sind so glänzende Viecher wow ist das präzise glänzende Viecher ja oh ich hasse es die können auch ich hasse es hier zu sprechen du spielst doch lang ja ne ne oh bitte so was ich jetzt wow was ich jetzt scheiße finde sind die Teile waaaaa schnell weg die sind nicht böse die sind blöde Steine hey wir haben es geschafft ok so wir machen jetzt auch Umirachi weil uns ja gesagt worden ist dass das irgendwas ist Umirachi ist da und es ist weg halloo 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 aber hier ist es so er verschwindet jetzt ist er wieder da BAM 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 ich finde die schaut die coole aus auf der Seite jetzt vor allem ein Auge hat es in der Seite oder ist sie auch das Auge? ja schau oder wird es auch ein bisschen früger halloo 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 hallo hallo Donuts ist ein Zund ja wie jedes Kinderspiel vermittelt das eine eine ausgewogene Ernährung hallo wichtig für Kinder ist hallo was ist das da eigentlich muss sie da hinscheißen? ohja das muss ich warten zweimal verschwinde tot verderben danke war das ne das war keine nein das war um hol dir diesen Schuss schnell er ist wichtig wie hab ich das jetzt geschafft? ich hab das noch nie geschafft ja naja du hast heute nach rechts getrunken oder? ich weiß es nicht ein Glaskopo wo eine Cola und Schokolade oder ne was heißt das? Root Beer Root Beer achso das ist ja dieses so ein Malzbier ja hab ich aber selbst noch nicht gefunden das schmeckt so unendlich big-capped also wenn wir einfach normales Bier gewöhnen ist dann schmeckt Root Beer wie wir können das beschreiben wie ein richtig hartes Bier mit ähm richtig süßen Tropfen irgendwie drin aufgelöst und das ist nicht toll so ungefähr ich glaub hier ist ich glaub hier ist ich glaub hier ist ich glaub hier ist Boah da ist es vielleicht könnte ich jetzt da rum springen nein kann ich nicht cool I can breathe under water now hey und was du jetzt? nix das war das Ende achso das war das Ende ich musste das finden was übel schwer war so jetzt und dann muss ich mal kurz rennen mal gucken ok ja schon wieder in den ähm in den level kopf sag ich schon mal alle geheimgänge ausspielen boah da unten ist wieder zurück aber das stimmt mal wenn man da hin geht ja natürlich diese fiesen level designer machen wir einen da ganz schade aufs Leben und alles mögliche und dann so na geht's kaputt so hier war bestimmt irgendwo ne stecke ja ich hasse schnecken stecken sind voll englisch Wahnsinn hast du das gesehen wo die hingeschissen hat? ne genau hier hin achso und das Loch runter ja das Loch runter ja das Loch runter aber ich meine in den ersten Teilen steht überall die 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 oder so und was ich aber viel lustiger finde I don't care also erstmal es gibt wirklich ne Übersetzung nur die Teile aber ich werde es nicht auswendig lernen und im Minecraft wenn du dieses Zauberbuch öffnest ist die Schrift gebremd oh oh bisschen zu Trivia hier find ich auch richtig oh da ist was gewesen oh oh das wusste ich nicht oh so aber wie will die oh das war nur billige Scheiße das sind 200 die ne jetzt gehören dann 400 oh ich hasse dies mit Jump und hab ich so oft gedannert wir haben mittlerweile übrigens schon 150 Schuss oh vier als genug ja jetzt wir die Wiener noch brauchen nein das bin wer ist doch drauf gekommen ich musste nur an dich glauben was ich jetzt auch noch fies find ist das da weil wollen sie mich verarschen achso das ist nicht die Folge ich wollte nach unten er ist nicht nach unten genau ok unser erstes Leben oh mein wieso wir wissen aber wo wir hin müssen wieso so stellen kann das jetzt nicht mehr sein ich hole jetzt aber nicht diese ganzen Secrets nochmal ein nein guck wo die Schallschnecke ist ich find's nicht schade dass man sich auf die Gegner nach raus spielen kann die sind noch angeblich das ist ja wirklich weiß ich hätte auch einfach runter gehen können ich hätte mich von dieser blöden Wolke überhaupt nicht bewegen können nein ich muss zeigen dass die Wolke böse ist oh man hat's überhaupt nicht gelohnt nein aber sowas war kein vielleicht mit einem Belust von einem neuen Begriff die sich auch wirklich wirklich so so weiter ah wie dieser Stein wie dieser Stein wie diese Plattformen hier runterfallen hat er noch ein mal ein waaaaaaaaaaaaaah oh nein schade immerhin sind wir jetzt noch weiter gekommen als letztes Mal oh man weißt ja schon wieder so ein so ein Drecks einfaches Level oh ich hätte ja vielleicht nach unten schauen sollen bevor ich da runter gehen soll das ist schon gar nicht mehr gedacht ja aber es geht ja nein die muss erst noch die muss erst noch kommen ja eben und das dauert lang weil Schnecken sind ja bekanntlich langsam achja außer Rennschnecken die bekannten mexikanischen Rennschnecken genau man merkt ja vor allem sie müssen mexikanisch sein die anderen sind wohl langsam die anderen sind eher so äh faun so nochmal ich warte jetzt bis das mehr runterkommt geht ziemlich gerne gefilmt ich werde jetzt übrigen speichern was man kann mitten im Level speichern? natürlich was? hallo du hast das Spiel auch schon gespielt? ja schon aber es ist schon irgendwie her ich habe ja bisschen grad noch mehr ja ich weiß es sowieso aber die guten Dinger sind ja auch 13 wow sorry also das ist so ein Bindel so ein Bindel so ein Bindel und du kriegst es nicht da ist der also es ist so wie wenn Charakter nein ich wollte ihn nicht ich wäre von ihm weg oh thank you Boris verpüß dich ich will doch nicht mit dir reden Sounds like a plant bearded one bearded one bearded one bärtiger Eider Gandalf Gandalf der bärtige okay Keen Andrews Shadowlands so ich glaube das war es jetzt erstmal für die erste Session oder wollen wir noch welche machen? ja ist das nur ein bisschen lang? ja ich meine das werden wahrscheinlich sowieso mehr Part also ja dann aber die erste Session halt ja dann machen wir noch eins 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 ja hier rein ja hier rein da schön Keen shivers along ja gezittert wow ok so wie ihn jemand bei den einfachen legen naja ah hihi uff hm hm ich bin überhaupt nix wie ich bin froh wenn ich von einer Zeit und von der anderen kommen oh scheiße schon so ein omenes Böbel zu laden ja weil oben Wolken sind achso und sind die besagten Fiesen Wolken richtig und wenn man da ganz 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 schnell löscht scheiße da passiert genau das uuuh du weißt jetzt nicht was ich angeschickt waaaah beim unten oh Gott sei Dank oh Gott das Ding kannst du nämlich nicht töten glaub ich du kannst es nur betäuben und hm ein Jammer also töten hast du in dem Spiel komplett gar nichts aber die schmecken ja die sind nur alle so völlig ausgenockt das 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 albernt wovon wir jetzt machen das machen also die Pyramiden will ich jetzt am Ende machen weil die kann ich gar nicht da war ich noch die Lies wirklich drin und ich hasse die Pyramiden auch voll aber du gehst doch hin das war nicht nicht willst du die Mondpyramide oder willst du die Sonnenpyramide ja und die Augenpöre die Augenpöre bitte ich weiß dass da noch ein großes Secret ist aber das machen wir noch aber das zeigen wir jetzt nicht aber das zeigen wir jetzt nicht aber das zeigen wir jetzt nicht ähm ok dann war es das erste Mal ne ne dann sagen wir jetzt erstmal tschüss tschau und bis zum nächsten Mal flieg nochmal Commander Keen los flieg los los alles klar ok bis dann tschüss tschüss